Die FDP will die Wirtschaft in Deutschland mithilfe von Sozial- und Steuerreformen wettbewerbsfähiger machen. Das Präsidium hat dazu einen Fünf-Punkte-Plan verabschiedet. Um Deutschland attraktiver für ausländische Fachkräfte zu machen, sollen sie demnach in den ersten drei Jahren nur einen Teil ihres Bruttolohns versteuern müssen. Außerdem sollen Lohn- und Einkommensteuer automatisch an die Inflation angepasst werden. Die abschlagsfreie Rente mit 63 für langjährig Versicherte wollen die Liberalen dagegen abschaffen. Außerdem soll nach dem Willen der FDP das Bürgergeld gekürzt werden, wenn Leistungsempfänger zumutbare Arbeit dauerhaft verweigern. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.